Die Leistung von uns war sehr gut, wir haben uns leider selbst nicht belohnt, dass wir das Spiel gewinnen, aber ich denke auch mit dem 1 zu 1 ist noch in Istanbul alles möglich für uns. Das Gefühl war super, die Stimmung war echt genial und ich glaube die meisten Spieler würden sich freuen, wenn das öfters so ist. Wir sind jetzt schon alle fast ein Jahr oder länger sogar zusammen und jeder weiß um was es geht. Wir haben ein Ziel und das verfolgen wir alle sehr stark gemeinsam und alle geben ihr Bestes und einen Beitrag dazu bei, dass wir gute Leistungen abrufen können. Meine Familie lebt in Oberösterreich und mein Vater und mein Bruder waren gestern auch im Stadion. Ich verstehe mich mit Johnny sehr gut, er ist ein super Typ, ein sehr guter Fußballer und eben auch privat ein toller Mensch und es macht Spaß mit ihm auch in der Freizeit Sachen zu unternehmen. Natürlich, dass wir dort gewinnen und in die nächste Runde aufsteigen. Am liebsten eigentlich kochen oder Freunde einladen für Barbecue oder sonstige Sachen. gegen Fenerbahce war eine super Stimmung und ich glaube die ganze Mannschaft würde sich freuen, wenn auch in Innsbruck viele Fans von euch mitkommen würden und uns unterstützen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020